ja hallo leute herzlich willkommen zu meinem kanal hannisch spiele galaxie ich darf euch heute ein großartiges projekt vorstellen es wird ab morgen den 14 januar 2022 endlich soweit sein meine primäre das pokémon goldene edition hartgold zu präsentieren ja packen wir das gute ding mal aus das ist die original hülle ich hoffe dass man das jetzt so weit so gut sehen kann ja das mit der kamera mit meinem alten handy ist natürlich ein bisschen schwer aber ich glaube man kann das sehen denn so schlecht ist es gar nicht wenn ich das schon sehe hier ja mein handy liegt auf ein paar xbox spielen sonst könnte ich das gar nicht euch zeigen packen wir das ding mal aus ja das ist das spiel mit dem pokémon der pokémon ist noch nagelneu ich habe mir das spiel gebrauch gekauft voriges jahr weil neue hatte ich nicht mehr die chance aber den pokémon habe ich noch neu der ist noch komplett neu unbenutzt guter zustand schauen wir uns mal die nintendo ds pokémon goldene edition hartgold an ja die hülle ist in einem perfekten zustand besser kann es gar nicht sein oder wunderschöner zustand geil einfach geil ja packen wir das ding mal aus hier haben wir das spiel in extra einer schönen durchsichtigen hülle da kann man das spiel auch schon sehen pokémon hartgold oder pokémon goldene edition hartgold hier ist das gute stück ja ich hoffe dass man das so weit so gut sehen kann ja manchmal ist es mit meinem alten handy ein wenig verschwommen vor allem die kamera aber ich denke dass man das ganz gut sehen kann wenn man das so hinlegt pokémon goldene edition hartgold für den nintendo ds top zustand das spiel ist in einen sehr sehr guten zustand ich würde mal sagen gebraucht aber guter zustand ja wie gesagt das ist der boke wolker der boke wolker ist nagelneu noch in einen sehr guten zustand ja wenn man das raus sieht dann kann man spielen damit ja den pokémon wolker lassen wir aber erstmal beiseite ja was gibt es noch zu dem spiel zu sagen das pokémon spiel goldene edition hartgold für den nintendo ds kam im jahr 2010 raus es ist also jetzt quasi schon zwölf jahre her wahnsinn oder ich bin sehr sehr glücklich dass ich das spiel besitze dass ich das ums gute geld noch bekommen habe ich hatte nämlich immer nur soll silber gehabt pokémon silber edition soll silber und das ist für mich auch was ganz was neues da da handelt es sich ja nicht um lugia sondern um hoho das ist dieses pokémon hier hoho ist vom pokémon typ flug und feuer genauso wie klurak oder besser gesagt chance an charizard ja lugia jetzt stattdessen flug und psycho ja ja leute auf jeden fall jede zwei wochen am freitag ab morgen kommt kommen zwei zwei bis drei parts von dem spiel hier ja ich werde mich bemühen dass ich das auf jeden fall sehr sehr gut mache ja das war eigentlich einmal die einführung und zum let's play geht es dann im nächsten part würde ich sagen ja das war die einführung die vorstellung und die besprechung zu sagen um was geht es jetzt im jahr 2022 im januar vor allem wird dieses spiel hier auf meinem kanal zu sehen sein aber nur alle zwei wochen deshalb denke ich dass es im februar und auch noch im märz weitergehen wird mit diesem projekt hier alle zwei wochen zwei bis drei parts also besser gesagt alle zwei wochen jeden freitag wird das ab morgen dem 14 januar geplayt aus meinem kanal hannesspiele galaxy ich wünsche euch von meiner seite her viel spaß beim zuschauen verpasst es auf keinen fall leute es wird sich lohnen und wo ich das spielen werde ist auf meinen kindheits besten kumpel der nintendo 2ds denn der ist kompatibel auch mit normalen nintendo ds spielen wenn ihr mir nicht glaubt dann zeige ich es euch ja es gibt ja manchmal solche leute die wollen mir einfach nicht glauben ja da ist noch ein spiel drin ja das ist toy story toy story 3 für den ds erst mal pokémon hartgold ja schalten wir ähm ok das geht nicht das ist seltsam wieso geht das nicht ok wir sehen hier gar nichts einen moment aha deshalb ok ja hier seht ihr es der nintendo 2ds spielt pokémon hartgold ab ja ich würde sagen wir sehen uns dann in let's play leute bis bald bis gleich oder bis irgendwann haha aha